Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das, ich nenne es mal, Energiewende-Haus. Das, was ihr im Hintergrund seht, das, was entstanden ist in den letzten, naja, eigentlich fast sieben Jahren, was praktisch aus verschiedenen Komponenten besteht, wie PV-Anlage, Wärmepumpe, E-Auto, aber was im Zusammenspiel relativ komplex zu steuern ist und genau darum geht es in diesem Video. Nach der Vorbereitung platzt mir ein bisschen der Kopf, weil das ist wirklich ein bisschen komplizierter, als es früher war. Früher kam der Strom aus der Steckdose, ich bin so alle 800 Kilometer einmal an die Tankstelle gefahren und wenn mir kalt im Winter war, habe ich einfach die Heizung aufgedreht. Und durch die Energiewende, die Sektorkopplung, sind nicht nur die einzelnen Komponenten anders, sondern auch das Zusammenspiel. Bei mir ist das über die letzten Jahre entstanden und nicht auf einen Schlag, wie das vielleicht manche heute machen. Das konnte ich mir einfach nicht leisten. Jede von diesen Komponenten, die dieses Energiewendehaus ausmachen, hat ihre eigene Geschichte und zu jeder Geschichte gibt es auch ein Video auf meinem Kanal und wird es auch weitere geben. Damit ihr diese nicht verpasst, liked doch bitte dieses Video und gebt mir ein Abo, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Bevor wir dazu kommen, wie das Energiewendehaus gemanagt wird und kommuniziert, vielleicht einfach noch mal kurz die Komponenten seit der Entstehung. Und angefangen hat es eigentlich sogar schon 2002, als wir hier eingezogen sind und mit einem KfW-Kredit die Kellerdecke gedämmt haben, Fenster ersetzt haben und auch das Dach gedämmt haben. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass jetzt im zweiten Schritt diese ganzen energetischen Sanierungsmaßnahmen auch sinnvoll waren. Der eigentliche Startschuss zum Energiewendehaus war dann 2017. Ich hatte ein bisschen Geld übrig und wollte damit was Sinnvolles tun und deswegen habe ich damals beschlossen, eine PV-Anlage aufs Dach zu schrauben. Das war noch eine kleine, die hatte nur 4,68 Kilowatt Peak. Im Juni 2017 war das. Und 2019, als dann meine beiden Autos kaputt gingen, habe ich mich für ein E-Auto entschieden und für das aus meiner Sicht damals Beste am Markt, das Tesla Model 3. Das ist jetzt auch schon fünf Jahre her. Damit stieg natürlich mein Strombedarf und das hat dazu geführt, dass ich dann 2020 im Januar meine PV-Anlage erweitert habe, sodass sie jetzt insgesamt 8,75 Kilowatt Peak liefert. Etwas später im Jahr 2020 habe ich dann meinen Fronius Symo 5.0 Wechselrichter ersetzt durch einen leistungsfähigeren, den Fronius Symo Gen24 Plus. Und damit ich das einphasige, dreiphasige Überschussladen mit meinem Auto noch besser machen konnte, gab es dann im Mai 2021 den Fronius Wattpilot dazu, der diese Umschaltung automatisch machen kann. Was ich nicht so richtig kommuniziert habe, ist, dass ich so im Oktober 2021 angefangen habe, meine Heizkörper mit Tado-Thermostaten auszurüsten, also seitdem auch über Funk die Temperaturen in den einzelnen Räumen des Hauses steuern kann. Im August 2022 erst, muss man sagen, also fünf Jahre nachdem ich die ersten PV-Module aufs Dach geschraubt habe, habe ich einen Speicher bekommen, den Resuflex von LG mit immerhin 17,2 Kilowattstunden Kapazität. Damals gab es auch einen Test, dass mit dem Gen24 zusammen das ein hocheffizientes System sein soll und das hat sich auch bewährt. Ja, und jetzt in den letzten Monaten bis zum Ende des Jahres 2023 ist meine Lambda EU13L Luftwärmepumpe eingebaut worden und das ist nun von der Hardware-Seite betrachtet mein gesamtes Energiewendehaussystem. Ich finde es immer super spannend zu lesen, wie eure Systeme aufgebaut sind und ihr schreibt mir manchmal auch Mails. Schreibt das gerne in die Kommentare, ich interessiere mich wirklich dafür, wie eure Systeme aussehen. So, nachdem wir uns also die einzelnen Komponenten mal angeschaut haben, geht es ja heute um die Steuerung und die Dokumentation, das sind so die wesentlichen Ziele des Energiemanagementsystems. Wofür braucht man das eigentlich? Naja, wir wollen ja den PV-Strom, den wir auf dem Dach erzeugen, möglichst gut ausnutzen. Wir wollen die Geräte dann nutzen, wenn der Sonnenstrom da ist oder natürlich bei einem flexiblen Stromtarif auch der Strom billig ist. Wir verhindern vor allem, dass zu viele Lasten gleichzeitig laufen und dadurch Netzstrom bezogen werden muss. Wir wollen aber trotzdem, dass das Auto dann voll ist, wenn ich losfahren will. Wir wollen trotzdem, dass das Haus warm ist, damit ich nicht friere. Okay, schauen wir uns also an, welche Komponenten Intelligenz steuern in meinem System und das ist natürlich zunächst mal von Fronius die Solar Web App, in der sehe und messe ich zunächst mal alle Erzeuger und Verbraucher aus dem Fronius-Universum. Also den Wechselrichter natürlich, die Batterie, die gehört auch zum Fronius-Universum und den Wattpiloten, damit zum Beispiel der Wattpilot auch weiß, wie viel von dem erzeugten Strom ich gerade anderweitig im Haus verbrauche. Gibt es einen Hausverbrauchs-Smart-Meter von Fronius? Im Wechselrichter kann ich dafür Prioritäten vergeben. Also ich kann sagen, was soll zuerst geladen werden? Und natürlich auf jeden Fall zuerst der Hausverbrauch gedeckt werden und dann die Batterie und dann das Auto. Was das Solar Web nicht kann, ist die Wärmepumpe direkt ansteuern. Über einen zusätzlichen Smart-Meter kann sie dokumentiert werden, also wie viel Strom sie verbraucht, aber dazu kommen wir später. Die zweite intelligente Komponente in meinem Energiemanagementsystem ist die Lambda-Wärmepumpe selber. Die steuert sich zunächst mal selbst und das ist schon ziemlich komplex. Das heißt, sie sorgt jetzt erstmal dafür, dass im oberen Bereich des Pufferspeichers genug warmes Wasser ist, um ausreichend warmes Brauchwasser in der Frischwasserstation zu erzeugen. Und sie mischt aus den verschiedenen Bereichen des Schichtenpufferspeichers die benötigte Vorlauftemperatur, je nachdem, wie die Heizkurve eingestellt ist und je nach der Temperatur, die es draußen hat. Was man in der Steuerung auch noch einstellen kann, ist natürlich eine Nachtabsenkung und ich kann die Zirkulation des Warmwasserkreislaufs einstellen. Das ist bei uns zum Beispiel so, dass morgens, wenn viele Leute ins Bad gehen, läuft die dauernd zu alle 20 Minuten und tagsüber, wenn niemand zu Hause ist, dann läuft die natürlich nicht. Was die Lambda auch macht, ist, sie misst den Stromverbrauch und zwar auch noch getrennt für den Heizkreis und fürs Warmwasser und sie misst die Wärmeleistung, die sie dabei erbringt und daraus kann sie den COP, den COP, ausrechnen. Was die Lambda auch kann, ist, sie kann bei überschüssigem Strom aus der PV-Anlage das Haus überheizen oder den Warmwasserbereich heißer machen als nötig, um sozusagen Strom in Wärme zu puffern. Und sie erhält dafür alle nötigen Informationen, auch über eine Modbus-Verbindung vom Gen24. Aber sie sieht darin nicht die Batterie und den Wattpiloten. Für die Lambda beginnt also Überschussstrom dann, wenn die Batterie voll ist. So, und hier kommt jetzt die dritte Komponente ins Spiel und das ist der Solarmanager. Das ist eine Software, ein kleines Kästchen. Und der Solarmanager, der arbeitet mit IP-Adressen und er bildet idealerweise sämtliche Komponenten meiner Anlage über die IP-Adressen ab. Und das klappt auch ziemlich gut. Wie ihr hier seht, wir haben den Wechselrichter selbst, wir haben den Smart Meter eingebunden für die Hausmessung, das heißt, der Solarmanager weiß, wie viel gerade verbraucht wird. Wir haben als Geräte die Batterie und die Wärmepumpe und den Wattpilot eingebunden und gemessen. Sogar das Auto kann verbunden werden. Ich sehe also, wie viel Restkapazität gerade noch in der Batterie von meinem Auto drin ist. Und ich habe über Adapter zum Beispiel jetzt hier von Maistrom zusätzliche Großverbraucher, nenne ich das jetzt mal, angeschlossen, die ich tracken oder beeinflussen will. Zum Beispiel die Waschmaschine oder hier diesen Luftentfeuchter im Keller. Und jetzt kann ich also sagen, wenn die Sonne scheint und die Batterie bei 30 Prozent ist und die Wärmepumpe gerade nicht heizen muss, dann kann ich das Auto laden, außer wenn das schon mehr als 60 Prozent hat, dann tue ich stattdessen lieber die Waschmaschine anschmeißen. Das wäre jetzt so ein Szenario, was eben in diesem intelligenten System möglich wäre. Der Solarmanager liest nämlich aus der Wärmepumpe verschiedene Parameter ab. Die Wassertemperatur, die aktuelle Leistung kann er auslesen und auch die Außentemperatur. Zuletzt, und das ist noch ganz interessant, habe ich einen extra Smart Meter für den Stromverbrauch der Wärmepumpe noch eingerichtet. Jetzt sagt ihr, naja, Moment, die Wärmepumpe hat doch einen eigenen Stromverbrauch. Ja, aber die Wärmepumpe misst praktisch nur, was der Verdichter an Strom verbraucht und die Wärmemenge, die daraus für Heizkreis und für Brauchwasser erzeugt wird. Das System Wärmepumpe hat aber weitere Verbräuche, also zum Beispiel eine Heizkreispumpe, eine Hydraulikstation, eine Steuerung, eine Frischwasserstation. Und die machen nochmal 15 Prozent mehr Stromverbrauch aus. Und das wird nun in diesem Smart Meter auch dargestellt, sodass ich am Schluss einen wirklichen Stromverbrauch meiner Heizung habe. Das ist im Wesentlichen mein System. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch ein bisschen darüber berichten, wie das in den letzten zwei Monaten so in der Praxis lief. Ich muss sagen, ich finde das schon alles ziemlich komplex. Früher war das Leben doch einfach, habe ich am Anfang auch gesagt. Strom kam aus der Steckdose. Und heute gibt es doch ziemlich viel zu berücksichtigen, zu steuern und zu gucken. Und natürlich ist man auch viel sensibler, dadurch, dass man das alles sieht, was man so verbraucht und wohin das fließt. Und mich ärgert jedes Mal, wenn ich da sehe, dass die Wärmepumpe schon wieder mit 1000 Watt oder 1200 Watt läuft. Und ich denke mir, um Gottes Willen, naja, früher als das Gas an war, habe ich es halt einfach nur nicht gemerkt. Mich würde mal interessieren, wie ihr das findet, dass das alles so komplex geworden ist. Oder ob ihr das auch so seht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, theoretisch kann jetzt der Solarmanager der Wärmepumpe sagen, wann sie überheizen soll und wann es ungünstig ist. Zum Beispiel jetzt nicht unbedingt nachts heizen, wenn gerade der COP besonders schlecht ist, weil es kalt ist. Dafür soll die Wärmepumpe vielleicht dann arbeiten, wenn der Strom besonders günstig ist. Und theoretisch kann der Solarmanager alle möglichen Priorisierungen steuern. Soweit zur Theorie. De facto kämpfe ich gerade noch ein bisschen mit der Abstimmung, sagen wir mal so, und stelle fest, dass zu viel Intelligenz auch nicht immer gut ist. Denn wenn die Gen24 und die Lambda-Wärmepumpe und der Solarmanager alle intelligent sind und was gegenseitig steuern wollen, dann können manchmal auch zu viele Köche den Brei verderben. Ich glaube, der Solarmanager entfaltet seinen Sinn noch besser bei weniger intelligenten Wärmepumpen. Die Lambda, die hat sich sozusagen eigentlich schon ziemlich gut selbst im Griff. Und es gibt sicherlich Wärmepumpen. Da macht es mehr Sinn, die von außen zu steuern und das gesamte Haussystem mit dem Solarmanager zusammenzubringen. Ich finde den Solarmanager hervorragend für die Dokumentation und die Auswertung. Zum Beispiel, ich kann in der App auf einen Blick sehen, wie viel die Wärmepumpe an diesem Tag, in dieser Woche oder seit Anfang diesen Jahres verbraucht hat und welchen Anteil davon der Solarstrom oder der selbst erzeugte Strom hatten. Ist natürlich zum Zeigen jetzt gerade ein schlechter Monat im Januar, aber immerhin 20 Prozent, hat mich fast gewundert, habe ich doch immerhin noch selbst erzeugte Energie gehabt. Das Solarweb hat immer noch seine Berechtigung, denn da kann ich wunderbar mir ausführlichste Excel-Daten runterladen und da sehe ich ganz genau, an welchem Tag der Strom von der Sonne in der Batterie gelandet ist oder wie viel davon im Auto gelandet ist und wie viel im Auto aus der Batterie, aus dem Netz oder direkt vom Dach gelandet ist. Das kann tatsächlich nur die Solarweb mir so zeigen, das kriegt der Solarmanager nicht so gut hin. Und auch die Lambda-Steuerung ist hervorragend. Nur in der Lambda-Steuerung sehe ich ganz genau, welche Wärmemenge für Brauchwasser und welche Wärmemenge für den Heizkreis erzeugt wurde und welcher Stromverbrauch genau dafür nötig war. Und damit komme ich zum kleinen Fazit zu meinem aktuellen System. Ich benutze tatsächlich alle drei Systeme parallel. Und zwar vor allem zur Dokumentation und bei der Steuerung bin ich noch etwas vorsichtig. Zumal ich auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass das Haus schnell kalt wird, wenn sich die Systeme nicht gegenseitig einig werden und sich totsteuern. Und um ganz ehrlich zu sein, die Tado Thermostater, vor denen hatte ich jetzt gar nicht mehr viel gesprochen, die nutze ich im Moment eigentlich nur, um zu schauen, welche Temperatur in welchem Raum ist. Steuern tun die gar nicht viel, weil so weit bin ich noch nicht. Schon im nächsten Video zu meinem System werde ich die ersten Wintermonate auswerten. Dann erfahrt ihr auch ganz genau, was für einen Verbrauch es gibt und ob ich damit zufrieden bin und wie das aussieht im Vergleich zum Gas. Damit ihr dieses Video nicht verpasst, wäre es natürlich super, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir einen Like gebt. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Diesel Dad. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, eh? Bis zum nächsten Mal.